Musik Die Fachgruppe Hotellerie und Gastronomie veranstaltet gemeinsam mit dem Wifi eine Workshop-Reihe zum Thema, wie können die Betriebe leichter Mitarbeiter finden und wie können sie besser an ihr Unternehmen binden. Employer Branding und Mitarbeiterführung. Diese Workshops stehen am Programm. Employer Branding bedeutet, sich als Unternehmen eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Dahinter steckt harte Arbeit, aber diese Arbeit lohnt sich definitiv, um Mitarbeiter leichter zu finden und anschließend dann an Unternehmen binden zu können. Mitarbeiterführung bedeutet für mich, wie kann ich mit meinem Team gemeinsam wachsen. Was muss ich als Führungskraft machen, damit auch mein Team gut arbeiten kann. Team-Bildungsprozesse, aber auch Selbstreflektionen, Menschentypen ist der Inhalt. Wichtig ist, die Fachgruppe engagiert sich auch finanziell, hat eine tolle Förderung aufgesetzt. Pro Mitgliedsbetrieb sollen nur 50 Euro selbst behalten, pro entsendeten Teilnehmer übrig bleiben. Ich glaube, ein tolles Angebot, nicht nur hier in Innsbruck, sondern auch in der Bezirkstelle. Schaut euch das an, wir haben eine Landingpage eingerichtet und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020